Zeitwende Schon bald werden wir uns an die Vergangenheit erinnern, um dann an die Zukunft zu denken. Denn wenn man sich nicht bei Zeiten um morgen kümmert, dann wird uns das Gestern einholen. Und da wir heute oft in Erinnerungen von gestern leben, wird die nahe Zukunft schnell verdrängt. Hier und jetzt. Das tun, was wir in der Vergangenheit versäumt haben. Dann werden wir uns in der Zukunft an die heutige Vergangenheit erinnern und denken, war früher wirklich alles besser? Vielen Dank.